ja da sind wir ich bin wieder da ein tag später und es geht weiter ja wir müssen immer noch die meilensteine machen wir uns natürlich gestern künstlich aufgeregt hat künstliches gut gesprochen ich weiß ja also ich gestalten meine let's place halt ist meine vision also ich mach da schon so ein bisschen was her glaube ich mal keine lange hier nicht keine kommis posten denke ich mal bin ich auf dem richtigen holzweg da kommt schon aber guck mal ob man das heute schaffen hier ja komm schon Ja, ja, komm, komm nur, komm nur. Ach, Quatsch, ne, du alte Laberbacke, Alter, komm her und... Der sei gerade zurück, mir auch egal. Oh, wie, da ist keiner mehr. Richtig jetzt verarscht, oder was? Wo hängen die denn alle rum, ey? Oh, fettes Rohr, Alter. vollgecrashed in Naga so der ist auf Ratze jawoll unterliegen, oh geil, das kann doch weitergehen finde ich das gut gleich sind wir irgendwann mal auf 4 dann kann es ja mal endlich wieder losgehen ach schade, da bin ich zu weit ab so schnell wie wir mal schalten hier haben wir unseren Nitro dann gleich auch wieder schnell voll so jetzt soll ich all boah, hoho, man so nicht, ey boah, heftig all das war erst mal Kübel, 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 Kübel und feiert sich die Mitte ich bin auf jeden Fall jetzt ein bisschen aggressiver das heißt wir werden jetzt mal wieder mal ein bisschen durch die Gegend fahren er ist direkt in die Einsatzfahrfolge gekracht er ist direkt in die Einsatzfahrfolge gekracht er hat keine Chance an ihm vorbeizukommen aber nicht ganz so schnell fahren rechtzeitig eine Straßensperre sehen wo wir dann schön gemütlich einen Passanten noch mitnehmen können gut gut da fahr ich halt unter den Tunnel mir auch egal weil ich lasse mich mal durch die Gegend schubsen bevor ich schippse ich lasse mich mal durch ja boah der müsste normalerweise geschworte zahlen also ein Arsch wegschieben das könnte ich ganz gut diese das war kinder weiter geht das jetzt schon wieder los das gibt es die städte der damal Prozent verstanden hier verdächtig als verhaftet Prozent nach dem Weg mit dem Prozent Prozent wieder mit dem Lamborghini jetzt nämlich die Korrekt mal gucken vielleicht habe ich da ja ein bisschen mehr Fuck, Schossen, ey. Aaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaa. Aaaa. Wie hot. Rauch Bier, ist Wachgelel! Verdammt nochmal! Ah, warte! Verdeckter. Mein Einsatzschaden werde gerammt. Nie mehr verfolgen ist verwichtig um. In Ordnung. Kommen. Ech. Herrlich, ey. Verdeckte Verstärkung auf. Den müssen wir kommen, bis wenn jemand zu Schaden kommt. Ok, Rade. ich habe immer so lange und dann kommt auf einmal los ich war zu langsam dann hätte ich das auch geschafft aber der weg so eine chance geben können damit ich hätte noch mal weiterfahren können aber und ich überhole die polizei jetzt ist er doch bestimmt so auf mich oder ja du alter drecksack ich brauche sexuelle heilung 2 ich habe nur noch ein wir machen das jetzt einfach weiter hier da kommt doch ein laster alter aber ich habe nicht abbauen Schickt Einheiten her, die das Gebiet abrieseln. Aus der Respekt. Schickt Einheiten her. 10.33. Brauche mehr Verstärkung. Schickt mir alles, was ihr habt. Wo will der denn jetzt schon wieder hin? Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfügung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen. In südlicher Richtung. An der... Ich sag doch südlich. Südlich. Ich weiß nicht, der Kreide. Er ist durch die Straßensperre gerast. Hier ist 3.13. Wir haben den Einsatzstabsholz und auf dem wahrscheinlichen Fluss sich eine Sperre errichtet. Dieser Typ will auch mal nicht an. Okay, äh, ich blockiere ihn. Wir sind an dem Verdächtigen dran. Mann, ist der Schnell. Oh, verdammt. Hahaha, der fährt da volle Kanäle rein, ey. Volle Kanäle, du. Hahaha. Das ist ein LKW. Da hast du auch keine Chance. Haben Sie reingeholt. Lalala, lalalalalala. Lalala, lalalalalala. Verdiere ich gar nicht. Wir sind wieder hin. Jetzt nicht mehr. Wir sind wieder. Oh, mein Vater ist vorbei. Oh, mein Vater ist vorbei. ja das ich hab gut wenn kopf da vor dir steht dann ist da nicht viel mit mit wegkommen und hast du trotzdem hast du mich denn jetzt gesehen bleibt am besten da stehen und lasst deine dummen sprüche soll legt die idee mit der korrekt an waren zu verdrehen und das nach vier minuten er hat gerade gedreht na komm ich habe keine langweil nichts dann noch vor mich setzen mit einem fetten arsch nicht zu blockieren alles klar also ein bisschen träumt tust du schon ne du highway cop du so kann man wenigstens mal mit der kann man so ein bisschen die kurven üben oder was er hat doch gedacht dass ich hinter dem herfahre ich bin auf stufe 3 im web da darf ich nicht ein bisschen mit dem gast spielen lassen wieder hier verarschen doch dein ding alleine ich brauche mehr einheiten für den einsatz schickt alles sofort her ja da sehe ich nichts da fahr ich ganz bestimmt nicht rein nachher ist dann noch eine nagelscheiße so farlo stufe 4 nach nach wie vielen minuten ich hab's bei den jahrzeitkunden oben sechs minuten achte die leckten aus wo So. Oh. Jo Menchenskinder, wo bleibt ihr denn? Oh. Geil. zwei die dati da ist denn da tuta da was war das jetzt für eine geile action alter was war das für ein video Oh, Mann! Oh! Voll gesendet, ey! Oh, Scheiße! Nein! Meine Fresse, das wäre jetzt aber weiter wieder mein Tod gewesen! Oh, ne! Boah! Das war knapp! Hey, hey, hey! Boah! Boah! Meine Fresse, war das wieder knapp, ey! Ja! Ja! Boah! Das ist ja schlimm, ey! Das war, ey! Halt die Schnoderseuche, ey! Boah! Übel, übel, übel! Er muss gerammelt werden, bis der Arzt kommt! Und sagt ihr, das so gute Ding muss ab, Alter! Das ist schon weichgenudelt, ne! Das war mal schön auf den Golfplatz hier! Ja, sicher! Da kann man zu Weihnachten bei Nitrospeed-Weltwegens mal immer so ein bisschen springen und so weiter! Hat mal was! Fand ich mal immer so ein bisschen geiles! Das ist ja auch das Speziale! Aber der richtige verloren! Sieht einhalten, die das Gebiet durch keinen! Bestätigen! Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung! In der Nähe des Golf-Line in der Nähe des Forest Green Golf-Clubs! Gibt sich! Kurz vor der Fahrtrichtung! Gucken, ob wir hier Besuch kriegen! Wir haben ja die Uhrzeit, da haben wir ja voll! Wir verfolgen einen Verdächtigen, der versucht hat die Straßensperre zu umgehen! Code 3! An alle Einheiten! Verdächtiger ist noch auf freiem Fuß! Code 3 Verfolgung! Verdächtiger entspricht der Beschreibung! Verfolgen schützt auf! Verfolgen sch化zen!!! appear in kein Sachen wie sie vorliegen! Not yet! Wir werden das weggehe McKnight! Ihr denkt doch wohl nicht, dass ich euch das PosaybockOW habe! Was ist denn hier! Geil, wir haben hier alles blockiert gerade. Oh, die Corvette, die rattert aber auch ab, Alter. Mein lieber Scholli, ey. Alle Einheiten im Umkreis. Der Kurt 6 Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung... Fahrzeug in 6, schickt Einraten her. So, da fahren wir mal ganz geschmeidig wieder zurück. Ich wollte da jetzt kein Nitro nehmen. Was wir gefreut haben, kann ich nicht mehr vorgehen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Sachschau, ne? Oh, wie Feuer. Jetzt wird's kritisch. Oh, oh. Jetzt, jetzt komme ich hier nicht weg. Jetzt komme ich hier nicht weg. Nein. So lange fliege ich durch die Gegend. Damit ich mich von den Bullen festnehmen lassen kann. Nehmen lassen kann. Ach, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Ich fühle mich doch hier grünadenlos verarschen. Ich gehe krachen. Ich gehe mal da nicht da. Ist das... Nein, da soll ich nicht da. Da will ich hin, da will ich hin. Ja, Mann, ey. Da bestimmt noch irgendwo ein Rennen über oder so was, ey. Oh, Mann, ey. Fahr mal erst mal ein Rennen, dass wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Wir verballern ja alles für diese blöde Flucht da. Ich... Äh, nee. Nee, nee, nee. Immer diese scheiß absichtliche Rammerei. Habt ihr das gesehen von diesem Lamborghini-Schwein-Arsch-Fahrer da? Ja, ne. Ach, herrlich, ey. Einfach nur herrlich. Du tunst durch die... Die... Das... Das hätten sie mal besser machen sollen, dass sie nach... Fotze! Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Mann, das ist ja... Jetzt geht's doch noch wieder hier runter. So, natürlich auch wieder keiner reingefahren. Schade. Oh, schade. Oh, schön. Müssen wir doch eigentlich genau in die Kurve reinspringen, oder? Ja. Ja gut, wir haben ziemlich lange gebremst und gewartet, aber ich wollte jetzt nicht so, dass man sich querstellt oder dass der einen jetzt voll wegbombt davon. Boah, heftig, Alter. Ja. Ne, dran zu machen wird jetzt nicht viel bringen, weil wir eh nicht mehr viel haben. Wo, wo, wo. Ah. Ja, das war jetzt mal richtig scheiße. Wie ihr seht mal, schon außen in die Kurve reinziehen, sonst wenn innen, dann hast du einfach keine Chance gegen dieses scheiß Moped. Ja. Riech das aus, wenn du ein bisschen zu schnell bist, dann kriegst du die Kurve einfach nicht richtig. Boah, war ganz knapp, ey. Na, naja. naja so kann weiß auch vom himmel gefallen war jetzt endlich aber weit muss darüber fangen um das müde schiff runter zu holen so bla 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 wir müssen ja noch mal ein bisschen was fahren hier auch wenn es nicht viele piep gibt aber wir haben ja die letzten dings haben ja so viel geld eingebüßt weil wir uns jedes mal gekriegt haben also das haben wir uns echt nicht einfach gemacht fahrrad 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 Das ist ja gerade noch so neben wieder gereicht, als man die Kurvenloch gekriegt hat. Boah! Oh Mann ey, da ist er schon mal so ein bisschen in der Hochtour, die Dings. Da quält sich das Mopel schon mal ein bisschen. Rutschen tut es ziemlich viel, also es ist schon mal so, es hätte ein kleines bisschen weniger machen können. Ja. Na. 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 Da war noch irgendwas, haben wir noch, haben wir noch. Des 646, vielleicht haben wir noch in dererella, aber vorher sehen wir uns im nächsten Let's Play mit der Startsequenz. Bis zum nächsten Mal.